Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es einfach mal eine Live-Runde mit der FFHR in Dark Matter, weil mir ist aufgefallen, ich habe mit der Waffe noch nicht wirklich ein Video gemacht und wir werden versuchen den Cerberus, den Geist und den Hater zu erreichen. Ich will jetzt gar nicht so viel quatschen, let's go. So, wir sind jetzt hier auf Nuketown gelandet. Ich habe mir jetzt statt den Cerberus, habe ich mir doch noch die Raps mit eingepackt und hier seht ihr die Klasse mit LV, Schaft, Großkaliber, Schnelles Magazin und Griff drauf, weil ich habe mir gedacht, Nuketown, da muss man schon volle Streaks mitnehmen, dass das hier richtig gut abgeht. Dann schauen wir mal, ich denke mal dieser Jack Snake, der ist ein richtig guter Spieler, also so war er von den Punkten pro Minute her auf jeden Fall. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier direkt auf B gehen. Oh, da habe ich auf jeden Fall nicht so gut die Punkte gemacht. Ich will jetzt hier nicht sterben, komm schon auf B, Jungs. Okay, ich hau mal ab hier. Oh mein Gott, ich habe es einfach überlebt, ich bin kurz vor Geist, sehr geil. Okay, den habe ich auch. Kommt doch safe jetzt gleich einer, oder? Holy shit, man, komm, wir erreichen jetzt hier direkt den Geist, das wäre so nice. Guck mal hier lang. Warte mal kurz hier. Meine Teammates haben ja noch nicht so Bock auf B zu gehen. Ich warte hier, ohne Scheiß, hier wird jetzt gleich einer kommen, oder? Dann gehen wir halt alle zusammen jetzt auf B. Oh mein Gott, ich habe Muni. Ich habe den Geist immerhin. Alles klar, Geist raus, obwohl wir hier zurückliegen. Oh, das wird ja was werden hier. Ich musste da reingehen einfach. Okay, erstmal weggehen hier. Jetzt können wir gleich wieder auf B gehen. Denke ich mal. Aber mein Geist wird uns hier ein ganz gutes Backup geben. Ey, was? Er kommt einfach durchgesprungen. Er liebt das Risiko quasi. Aber jetzt haben wir immerhin B schon mal. Mein Geist ist einfach schon down. Krass. Wie die den einfach direkt gegeiert haben. Sehr schön. Digga. Ich. Was? Wie er mich blockiert hat, Mann. Ekelhaft. Okay, ich habe Reiniger. Nein. Oh, ist ja so gut geworden. Alter, okay. Wir stehen 14 zu 3. Und B haben wir auch gut. Nein, er kommt von hinten. Ey, was ist das jetzt hier für ein Gegnerteam, Mann? Er hat einfach noch mega den guten Mitspieler da bekommen. Dieser Jack Snake, oder wie der heißt. Und seine Teammates sie geiern halt wirklich alles, ne? Was? Den habe ich auch noch bekommen? Nice, Mann. Jetzt kommt da bestimmt gleich wieder einer lang. Ich warte mal kurz hier. Okay, komm. Jetzt gehen wir auf B. Okay, wir haben B. Nice. Ich bin 300 Punkte vor dem Geist. Oh, habe ich da überlebt, Mann. Krass. So, erstmal jetzt hier wieder außen den wegholen, wenn da einer noch ist. Das ist immer das Beste hier an der Stelle. Oh, wie? Ich habe da so viele Assists gemacht. Komm, killt die mal da, bitte. Ich habe wieder den Geist. Erstmal Geist raus. Okay, ich gehe jetzt erstmal zurück wieder zu meinem Team hier. Hater? Okay, Raps sind auch am Start. Auf Gnaden los. Digga, ich hau meine Raps jetzt raus, ne? Ist ja ganz klar. Jetzt können wir uns auf jeden Fall B wiederholen. Digga, was? Der Feed, Alter. Er ist hier einfach immer noch. Oder? Oh, die Waffe ist so genau aus der Hüfte. Alter, ist das eine geile Runde hier. Der lebt da einfach immer noch. Der lebt da einfach. Juckt einfach niemanden, dass der da ist. So, ich habe Reiniger. Oh mein Gott, Alter, was ist das für eine Runde? 38 zu viel jetzt. Meine Raps regeln auf jeden Fall jetzt gut, denke ich mal. Okay, wir können auf A gehen. Ich hau mal ab hier. Okay, wir sind auch skrupellos. Holy shit, man. Okay, meine Raps sind da hinten jetzt alle ordentlich am Gas geben. Ich gehe jetzt auf C mit meinem Reiniger. Das wird eine Party. Wie ich das überlebt habe, ich hau meinen Hater auch nochmal raus. Okay, ich habe wieder Raps und ich hau meinen Geist nochmal raus. Alles klar, Alter. 46 zu 6, Mann. Jungen, was ist das für eine geile Runde hier? So, wir sind auf unabgiebig, glaube ich, jetzt gleich schon fast. Nochmal einen hier weggesnackt. Okay, jetzt sind wir auf unabgiebig. Ich mache jetzt keinen Scheiß einfach. Spiel defensiv. 10 Kills sollten wir doch bestimmt hinbekommen, oder? Ich warte einfach, bis die hier aufs B kommen. Ein Assist nochmal klar gemacht. Kommt da nicht noch einer mal im Haus rein, irgendwie? Okay, nice. Noch ein 18er-Streak. Ne, 22er-Streak sind wir einfach schon, ne? Digga, 57 zu 4. Wir könnten hier vielleicht das 100-Plus klar machen, ne? Okay, ich warte jetzt, bis die Halbzeit vorbei ist, weil ich habe keine Muni mehr. Wir sind kurz vor dem Geist. Sehr, sehr geil. Alter, ist das ne... Alter, 57 zu 4 in der ersten Halbzeit. Und guckt euch mal das Gegnerteam an. Ohne Scheiß. Jacksnake ist richtig, richtig gut am Spielen. Wir brauchen 8 Kills bis zur Nuklear. Wenn wir jetzt eine Nuklear mit der FFR machen, ohne Scheiß. Das wäre so krank. Das wäre echt einfach unnormal krank. Mit LV-Visier ist die sowas von nice, die Waffe. Kann ich ja echt jedem nur ans Herz legen, wenn ihr die Waffe habt. Spielt die auf jeden Fall. Mega, mega cool. So, die Wraps werden uns jetzt auf jeden Fall hier gut helfen. Ah, Digga, ey. So, ich werde ein bisschen defensiver jetzt spielen, dass ich hier auf jeden Fall die Wraps jetzt... äh, den Hater jetzt gleich nochmal erreiche. Okay, hier außen kommt schon mal direkt einer lang. Ich gehe mal ins Haus rein. Versuche mal die Lage ein bisschen von hier zu checken. Okay, 23er Streak. Der ist hier unten. Nein! Jacksnake! Er, er macht uns alles kaputt. 23er Streak, aber trotzdem mega, mega nice, die Runde. Wir haben einfach nochmal die Wraps auf jeden Fall am Start jetzt. So, jetzt holen wir ihn aber sowas von weg. Und wir gehen jetzt auf B und machen nochmal die Streaks. Ey, oh mein Gott, Jacksnake dreht jetzt richtig auf. Er ist der beste Outrider aller Zeiten. Schade, man, dass wir es nicht erreicht haben. Aber die haben unser Wraps Landesschiff zerstört. Alles klar, kann man mal machen. Aber wir haben ein paar Wraps draußen, immerhin. Okay, ich habe Reiniger wieder. Okay, komm, geht mal auf B ruhig. Nice. Ich hau mal hier ab. Jetzt können wir hier nochmal den ein oder anderen wegholen, bestimmt. Oh mein Gott, Alter. Ich habe schon wieder Geist. Und ich habe wieder alle Streaks. Digga, wenn das jetzt hier ein 100 plus wird, ne? Alter. Okay, 69 zu 6. 100 plus ist möglich auf jeden Fall. Und die gehen gut auf die Flaggen drauf. Okay, komm schon. Der ist jetzt hier im Bus drin. Let's go. Oh mein Gott, ich habe es so überlebt. Absolut nice. Okay, wir haben B. Holy shit, man. Ey, die Wraps gehen ja jetzt richtig ab hier. Ich bin schon wieder auf Gnaden los. Alter, was? Okay, okay, okay. Ich brauche auf jeden Fall Munition hier. Okay, Wraps, kommt jetzt. Macht mal ein bisschen was hier. Nochmal zwei Stück weggeholt. Ich glaube, ich habe schon wieder Geist gleich, ne? Ich habe schon wieder Geist. Digga, das wird ein 100 plus hier, ne? Ich will die Wraps nochmal haben. Bitte, 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 bitte nochmal Wraps. Er kommt einfach oben lang. Ich gehe hier nicht hin. Okay, Wraps sind nochmal am Start. 89 zu 6. Das wird locker ein 100 plus hier. Okay, ich bin wieder auf Skrupe los. Ich habe keine Muni mehr. Scheiße, Mann. Ich muss hier mal einmal reingehen in den Bus, den wegboxen. Muni wieder am Start. Sehr geil. Alter, hier läuft es gerade so perfekt. Das ist die perfekte Runde hier, ne? Ohne Scheiß. Okay, wir haben Reiniger. Jetzt geht es nochmal rein. Ich habe den Reiniger noch nie so gewastet. Alter, aber wir schaffen das 100 plus. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, deswegen sorry. Okay, wir haben das 100 plus safe, ne? Meine Wraps kommen jetzt hier nochmal schön runter. So, sehr schön. Aber jetzt spawnen die hier hinten wahrscheinlich noch. Nein, den hätte ich auch noch haben müssen. 99 zu 8, komm schon. Let's go. Alter, 100 plus. Ey, darf ich auf jeden Fall ein Like da lassen. Wie absolut krass ist das denn, Mann? Erst einmal einfach jetzt hier ein 100 plus live gemacht. So geil. Ey, das war so eine gute Entscheidung, dass ich jetzt doch noch echt hier die Raps eingepackt habe. Unnormal, echt. Wenn wir jetzt nochmal die Streaks hier erreichen, ne? Das wäre es jetzt, ne? Let's go. Wir verlieren B jetzt gleich. Die Seite mag ich eigentlich nicht so. Die gehen jetzt wieder auf B, glaube ich. Oder? Ne, werden sie nicht. Okay. Alter, ist das krank, Mann. So eine geile Runde, ne? 103 zu 8. Nice. Nein, nein. Ey, wie hat er mich... Ey, guck mal, habt ihr gesehen, wie er mich angebrannt hat? 104 zu 9. Ey, okay, wir werden jetzt keine... Ich will jetzt nicht noch einmal sterben. Nice. Komm schon. Den einen oder anderen können wir jetzt hier bestimmt nochmal wegholen. Okay, let's go. Wir kriegen keinen mehr. Unnormal, Mann. 104 zu 9. So geil die Runde. Obwohl Jack Snake echt heftig war. Er hat uns die Nuklear versaut. Es wäre echt fast einfach eine Nuke geworden. 23er Streak. Wir waren danach nochmal auf 15er, fast 20er oder so. Oh Gott, Alter. Ja gut, war klar, dass die jetzt Cheetah irgendwie reinschreiben oder so. Aber ich schreibe jetzt einfach GG. Mit einer DLC-Waffe von 100+. Einfach geil. Ich wollte einfach nur mit der Waffe auf Dark Matter spielen. Und dann kommt hier einfach sowas bei rum. Ich hab nicht mal wirklich viele Kills mit dem Reiniger gemacht. Alter, ist das krass, Mann. Richtig, richtig geil. Ich würde sagen, lasst auf jeden Fall dafür gerne einen Daumen nach oben. Da, wenn wir irgendwie so 1500 Likes hinbekommen würden, sag ich jetzt einfach mal, würde ich mich extrem drüber freuen. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich auf jeden Fall hier gerne jetzt. Und ja, in dem Sinne, ciao, ciao. Das war's.